Wir sind gut gestartet und hatten auch nebenbei schönes Wetter, was fürs Freigelände ein guter Start ist, wenn wir da auch ein trockenes Wetter haben und jetzt haben wir eine sehr gute Stimmung. Also hier ist wirklich was los, also man muss sich wirklich durchschieben und man hört Sprachen aus aller Herren Länder. Richtig, ja. Das ist schon ein aufregendes Erlebnis. Ja, es ist sehr schön für uns jetzt als Messeveranstalter, wenn wir so lange darauf hingearbeitet haben, das jetzt zu erleben und zu erfahren, das ist eine sehr schöne Erfahrung.